anfangen. Dafür werde ich aber auch ein neues Gebäude machen. Und ein bisschen weiter weg natürlich, weil ich weiß nicht wie stark der Bum sein wird, falls es mal explodiert. Wenn er nämlich so stark ist wie bei einem Nuke, dann gute Nacht. Aber ich würde sowieso mit Reinforced Stone machen, also mit dem Stärksmaterial hier in Industrial Craft. So, dann bis oben. Moment, da. Was soll ich sagen? Ach genau, ich will sowieso mit Reinforced Stone im Stärksmaterial in Industrial Craft machen. Bloß dazu werde ich glaube ich noch ein paar euliche Dinge brauchen. Ich weiß es auch nicht. Ähm. Also müsst ihr diese verstärkten Platten machen? Oh Gott. Boah. Ist das laut. Das war doch letztes Mal auch nicht so laut, oder? Kommt mir das gerade mal so vor. Haben wir die Klappe. So, jetzt hier. Wo sind wir denn hier? Wahrscheinlich noch längst nicht fertig. Da ist noch einer. So, die beiden noch. Ah, da unten ist noch einer. Oh, da unten ist auch einer. Da, da drüben. Da drüben, da drüben. So, boah, der Sound stört mal ziemlich. Ich glaube meine Aufnahme wird diesmal nicht so lange, so wie letztes Mal. Vor allem so... Ah. Wir haben jetzt auch 1.2, ist jetzt ja auch schon längst draußen. Bloß ich werde noch mit 1.1 weiterspielen müssen, weil Industrial Craft ist ja noch nicht geupdatet. Deswegen... Ähm. Ja, mache ich nur eine kurze Aufnahme. Vielleicht wird in der Zwischenzeit sogar Industrial Craft geupdatet. Bezweifle ich jetzt zwar, aber... Was mache ich jetzt eigentlich? Ach, wollen wir suchen. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ah. Moment. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau, ich mache bloß eine kurze Aufnahme und schaue dann, dass ich hier irgendwie die Sounds rauskriege, weil... Es ist zwar ganz nett, dass Sounds da sind, aber... Die sind so übelst laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Vor allem das hier. Was? Ich verstehe euch nicht. So. Bin ich jetzt eigentlich fertig? Die Kate ist schon? Bist du fertig? Ich sehe zumindest nichts mehr. Seht ihr noch was? Anscheinend nicht. So, dann gehen wir einfach wieder runter. Plopp, 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 plopp. So, alles einsammeln. Auch die Äpfel. Plopp, plopp, plopp. So. Ziemlich viel Platz. Ach, du kommst auch gleich weg. Nah, nah, nah. So, dann... Zuck. Ob der Platz wirklich ausrechnen wird? Ich weiß nicht. was möchte hin zu wissen ein bisschen heller machen müssen dass schon wieder so ein creeper gescheitert kommt und mich freudig empfängt sozusagen aber essen wir nicht schlecht ach was weiß nicht ein apfel und noch ein apfel ja mal schauen mach ich packt immer noch rum und läuft aber ständig auch weil er fertig ist so nach dem ich einfach raus guck mal dich dazu und hier nehmen wir dich raus theoretisch müsste es jetzt da rein tun die ich dann da rein ich dann da rein so dann spitze mich noch mehr rum noch mehr party hier disco lichter jetzt müssen wir noch rund leuchten wo ich nicht essen ob hier sind ja essen auch nicht sehr viel so was für material mache ich das am besten könnte natürlich jetzt mal planieren wo ist das natürlich auch wie weit werde ich es dann machen ich habe eigentlich keine ahnung ich will jetzt einfach mal ein stück planieren und dann schauen wir mal irgendwie ist jetzt gar keine musik mehr da das weiß ich auch nicht sind das sache jetzt kommt zuerst doch jetzt wie mache ich das jetzt ich denke bis hierher auf jeden fall schon mal ungefähr grob ab vielleicht hier auch hier so rum und dann vielleicht hier entlang schauen wir mal wie es wird so das lustige wird jetzt wie krieg komme ich dann an strom weil das jetzt ziemlich rum spinnt und meinen diamond ja die jetzt langsam zu neige also die energie genau jetzt nämlich na großartig so ich glaube das funktioniert die würde mir gar nicht gefüllt wir haben konstant auf fünf doch die wird gefüllt aber nicht sonderlich idee so dann fürs jetzt nur die hier das wird nacht schön gibt es nicht so ein schalter also so ein kabelschalter um einen ausstellen kann man strom durchkommt ich glaube schon bloß weiß ich die ding gerade überhaupt nicht wie man das kraftet so jetzt warten wir hier und können dabei nichts zu und ist ja auch blöd ich glaube ich packe mal die erde da weg nachgeber sie sowieso noch anhäufen von dem her ist gerade egal holz hätte ich auf jeden fall ein bisschen aber das hilft mir herzlich wenig nach links und ein apfel so mal kurz schauen wie schaut es da aus hab ja noch nicht ganz voll aber es wird jetzt dunkel dann nehmen wir uns mal schlafen moment wie viel koppels habe ich eigentlich wenn ich dann in nita will dann bräuchte es am besten auf so eine kleine koppel behausung damit meine obsidian tor nicht ausgeschossen wird von solchen garstigen viechern sind wir schon bereit ich hoffe schon mal wieder ins bett legen nein immer noch nicht ich kann nur nachts schlafen kein mittagsschläfchen erlaubt und jetzt auf dem bett stehend geht es nicht so dann gute nacht bis morgen so dann schnell wieder raus ihr was so hat gar nicht weil ihr nämlich kein strom mehr von mir kriegt wieser weise hier ist voll will ich gleich wieder disco mucke anhaben disco mucke ja mach doch einfach ich werde jetzt einfach mal alles wegtragen ich hoffe das reicht diesmal auch also bei einem energie technisch sollte aber hoch das ging jetzt ziemlich schnell moment das kommt ein winkel drauf an ja das ist der richtige winkel sehr schön da geht es ja richtig schnell da 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 ist der winkel noch mal so da rast man so nur so hindurch oder kann man sogar durchgehend laufen und ich auch noch ihr spinnt immer noch rum ja es war klar jetzt ist jetzt auch vermutet also ich werde hier schon was schon wieder leer verdammt geht das schnell so ein bedpack gefüllt nein vermutlich nicht muss jetzt darauf schaufeln zurückkauf auf schaufeln hallo das kann ja nicht sein da halten wir die klappe da drin geht doch das ist irgendwie deprimierend dass ich kaum energie habe das vielleicht war das doch keine so gute idee die gleich daran zu hängen ok ich werde euch jetzt einfach mal alle arbeitslos so jetzt reicht es mir jetzt so 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 dann denn dann ständen dass allen das dann hier denn das koppelt das also andersrum so 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 bisschen ordnung muss sein sagen wir das hier so wo das sind die arbeitslos okay hätten wir noch unmengen aber das die dürfte ja ach gott denken wir doch warum macht das da unten nichts lala den pilz da rein den apfel da rein die zepplinge pack ich jetzt auch mal da rein weil die werde ich jetzt nicht brauchen so wie schaut es hier aus fast voll egal die möchte ich erst einmal mit und schauen was passiert also ich denke ich werde noch ein bisschen rumlaufen müssen weil ich möchte das irgendwie gern aus ziegeln haben zumindest im unteren bereich oder mache ich das mit ziegeln doch ich glaube das schaut besser aus dazu werden wir noch ein bisschen in flüssen rumstopfen müssen halt wo ist jetzt der winkel da ist er in flüssen rumstopfen müssen um lehm rauszuholen aber ich denke das wird jetzt nicht so das große problem sein höchstens dass die diamond royal wieder mal den geist aufgibt so wie sie gleich weil sie gleich wieder keine energie mehr hat das wäre eher unschön so dann noch geht's ja okay bis dahin werde ich einfach mein bedpack auffüllen und dann mache mir einfach eine kleine runde kommt kommt das geht doch noch das noch ja sehr schön okay dann hätten wir hier schon mal ein kleines plätzchen ich hoffe mal das wird auch reichen Ja, hier werde ich noch abrunden müssen, das ist klar, das geht ja mal gar nicht. Ach, solange die Energie noch da ist, machen wir es halt schnell. Da, 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 hoch. Dann hier noch kurz, dum, 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 dum. Oh Gott, nee, das geht so nicht. So, das muss natürlich jetzt auch weg. Na, ich werde die ganze Insel hier ein bisschen weg. Nee, das mache ich jetzt nicht, das dauert einfach zu lang, vor allem, weil ich ständig gerade chronischen Energiemangel habe. So, ein bisschen das Ganze schöner gestalten. Dann hier nochmal. Und dann hier auch nochmal. So, jetzt steht hier irgendwie ein bisschen der Baum, machen wir mal weg. So. Wahrscheinlich verschwindet der jetzt nicht, genau, weil er voll in dem Baum drin hängt. Wenn ich den Baum weg mache, der hängt auch mit dem zusammen und mit dem zusammen, dann müsste ich beide weg machen. Ach, was soll's, weg mit den Bäumen. Hier ist sowieso zu dunkel. Ach, das ist ein größerer, aber nur minimal größer. Hep, hep, jetzt hier, äh, hallo? Ist hier noch was? Jetzt hing ich schon wieder in so einem Baum rum. Okay, das wird nicht decayen, weil er... Oh, da drüben ist noch was. Oh, da ist natürlich auch was. Das habe ich jetzt nochmal voll übersehen. Äh. Machen wir mal später. Plopp, plopp. Ach, da ist nochmal ein Holz. So, du musst auf jeden Fall jetzt auch weg. Eine mit Lianen. Ach, na toll. Es ist das kaputt. Ach komm, das mache ich jetzt mit der Hand. Mit der Hand! Naja, ich bin mit dem Erdblock. Und nochmal mit dem Erdblock. So, oh nein, das nochmal eins. Und nochmal mit dem Erdblock. Plopp. So. Ähm, ja. Ich hoffe, das wird jetzt... Komm. Lalalalalalalala. Nein. Aber nachdem. Nachdem haben wir es hoffentlich. Gut. Ich hoffe, das war es jetzt auch. Dann können wir da direkt jetzt wieder mal zurück und Energie tanken gehen. Oh, da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel. Gewesen. So, mal die Erde kurz abladen. Ich glaube, ich brauche mal eine Erdkiste. Eine größere. Dann hier die Zepplinge. Ihr macht wieder Disco-Mucke. Äh, wenn ihr Disco-Mucke macht, heißt das, ihr... Ja, macht doch einfach. Ne, das ist eigentlich blöd, weil ich brauche Energie. Ist das zum Kotzen? Na, wird Zeit, dass ich da... Moment. Da fülle ich mal. So, was machen wir in der Zwischenzeit? Melonen sammeln gehen. Melonen, Melonen. Melonen. Plopp. Plopp. Hm. Eigentlich wären das noch... Ach ja. Mir wurde gesagt, und außerdem habe ich es inzwischen auch ausprobiert. Man braucht die hier nicht mehr zu... Ähm, den ganzen... Na, wie heißt es? Pflügen. Die wachsen auch so. Habe ich auch ausprobiert. Beim letzten Mal habe ich anscheinend nicht lang genug gewartet. Aber es funktioniert auch. So, dann lassen wir das nämlich auch. Ich könnte auch... Vielen Dank. Ja, das ist statistics wirklich. Vielen Dank.